Gelobt sei Allah für all die Gnaden, die er uns Menschen erweist. In einem Vers im Koran heißt es, Und wenn ihr die Gaben, wenn ihr die Wohltaten Allahs aufzählen wolltet, ihr könntet es nicht. Und Allah sagt in einem anderen Vers, sich darauf beziehend, auf die Gaben, die Allah dem Menschen gibt, und auf die Wunder, die in dieser Welt vorhanden sind. Und Allah sagt, Und in ihnen selbst. Du selbst bist eine Gabe. Das, was du hast, dein Körper, dieses Vehikel, dieses Verkehrsmittel, was deiner Seele dazu dient, von A nach B zu kommen, ist eine Gnade von Allah. Dein Augenlicht, dein Gehör, dein Geruchssinn, dein Geschmackssinn. Viele von uns kennen diese Erfahrung, wenn sie krank sind, wenn sie ein Schnupfen haben oder wenn sie eine Grippe haben und sie was essen, dann hat das Essen keinen Geschmack. Das ist eine Gabe. Wir kennen die eine Geschichte, die überliefert wird über den Mann, der vor Allah steht und Allah sagt zu den Engeln, Nimm diesen, mein Diener, nimmt diesen, mein Geschöpf ins Paradies mit meiner Barmherzigkeit. Und dieser Mann wendet sich an Allah und fragt, Ja Allah, ich habe dir 70 Jahre lang meines Lebens gedient. Ich habe meine Gebete eingehalten, ich habe gespendet, ich habe viele gute Taten gemacht, ich habe meine Zeit, ich habe die Nächte im Gebet verbracht. Und er sagt, keine einzige Tat ist so viel wert, dass ich auch vielleicht da mit ins Paradies komme. Und Allah sagt zu den Engeln, Bringt die Waage. Und die Engel stellen die Waage dorthin. Und dann werden 70 Jahre seine guten Taten auf die eine Waagschale gelegt. Und auf die andere Waagschale wird einzig und allein die Gabe des Augenlichts gelegt. Und dreimal dürft ihr raten, welches der Waagschalen schwere gewogen hat. Die Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala uns Tag ein, Tag aus beschert, sind unglaublich viele. Aber nicht selten vergessen wir das. Nicht selten vergessen wir, dass es uns deswegen gut geht, nicht weil wir top of the top sind, nicht weil wir so klug und intelligent sind, nein, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns Türe und Tore öffnet, damit es uns gut geht. Deswegen geht es uns gut. Was nicht heißt, was nicht zu dem falschen Verständnis führen darf, dass ich mich hinsetzen soll und darauf warte, dass etwas vom Himmel kommt. Nein. In dem einen Hadith des Propheten, die Geschichte des Mannes, der von seinem Kamel abstieg und sein Kamel, ohne es anzubinden, seinen Geschäften nachgegangen ist. Als er zurückkam, war das Kamel nicht da. Und er schrie, oh, wo ist mein Kamel? Wo ist mein Kamel? Und der Prophet fragte, was ist los? Und er sagte, ja, ich habe auf Allah vertraut. Aber mein Kamel ist nicht da. Mein Kamel ist weg. Und der Prophet, muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt zu ihm, binde zuerst dein Kamel und vertraue dann auf Allah. Das bedeutet, Ramel auf Arabisch, tun, handeln, sich anstrengen, sich Mühe geben. Das ist das, was es für uns bedeutet. Dass die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala unzählbar sind, ja. Aber das heißt für dich nicht, dass du als ein passiver Teil oder passiv lebst. Nein, im Gegenteil. Sondern das, was von dir gefordert wird, ist, dass du aktiv am Leben teilnimmst. Dass du deinen Beitrag leistest. Dass du dafür sorgst, dass du etwas Produktives hinterlässt. Das ist das, was damit gemeint ist. Und die Bedeutung von Amel, die Bedeutung von Taten, die Bedeutung von Anstrengung, sich anstrengen, etwas tun, etwas produzieren, etwas Gutes hinterlassen, hat einen sehr hohen Stellenwert, wenn du bezeugst, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah und dass Muhammad sein Prophet ist. Das ist übrigens nichts, was nur islamisch ist. Das ist universal. Die gleichen Regeln, die für dich gelten, gelten auch für andere. Denn, wenn wir über Iman reden, so ist die Definition von Iman was? der inneren, tiefen Überzeugung ist die Definition, das, woran das Herz glaubt und was in Taten umgesetzt wird. Die Grundlage, das Fundament deiner Überzeugung sind die Taten. Ein anderes Beispiel vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagt, und das ist ein Hadith, was wir kennen, was wir schon oft gehört haben, der Beste unter euch ist derjenige, von dem die Menschen am meisten Nutzen ziehen können. Das heißt also, wir haben verschiedene Beziehungsebenen. Wir haben die Beziehungsebene zu unserem Schöpfer, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir deswegen das sind, was wir sind, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns so viel schenkt. Die zweite Ebene ist die zu den Menschen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dir Gaben gibt, ist es für dich oder ist dieses Bescheren für dich gleichzeitig eine Verantwortung, die dich bindet. Weil das Prinzip des Teilens immens wichtig ist. Diese Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, diesen Verstand, diese Fähigkeiten, diese Intelligenz, die sollst du benutzen, um Gutes zu tun. In einem anderen Hadith des Propheten heißt es, wer von euch an der Existenz oder davon überzeugt ist, dass Gott existiert und an den jüngsten Tag und was sagt er? Er sagt nicht, er soll in die Moschee gehen und anfangen zu beten. Nein. Sondern er sagt, er soll etwas Gutes sprechen oder schweigen. Dieses Prinzip kann man übertragen. Wenn du an die Existenz Allah glaubst und an den jüngsten Tag, dann tu Gutes oder lass es sein. Lass es sein im Sinne von tu nichts Schlechtes. Wenn du schon nichts Gutes tun kannst, dann tu nichts Schlechtes. Die eine Geschichte von dem einen Mann, der von Umar in der Moschee gesehen wurde, der nur am Beten war und Umar fragt ihn, wie bestreitest du deinen Unterhalt? Und er sagt, ja, mein Bruder geht arbeiten und er bezahlt meinen Unterhalt mit. Und Umar sagt, dein Bruder ist besser als du. Hat ihm eine Axt in die Hand gedrückt, hat ihm gesagt, geh Holzfällen und verkauf das Holz und leb davon und komm dann in die Moschee. Das heißt also, wir sehen, dass das Prinzip des Produktivseins ist etwas immens Wichtiges in diesem Lebensweg. Wenn du dich für den Islam entscheidest, dann bist du verpflichtet, es zu tun. Kommen wir vom Ideal zur Realität und ich glaube, das können wir sehr kurz halten. wenn Menschen Dinge begehen, so wie das, was in Paris ist noch recht aktuell, Menschen ermorden und dann dieses im Namen des Islam tun, dann haben sie nicht verstanden, was damit gemeint ist, dass man etwas tun soll. Dann haben sie die Quintessenz, dann haben sie die Botschaft des Propheten nicht verstanden, dass man als produktiver Teil der Menschheit zu leben hat. Dass man nicht löschen soll, sondern Leben schenken soll. Das ist das, was damit gemeint ist, produktiv zu sein, etwas Gutes herzustellen. wenn wir bei dem Teil und wir sehen, es ist egal, auf welche Beziehung wir oder auf welchem Level wir uns befinden, dass es immer darum geht, sich zu bewegen, etwas tun, auch in der Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. In dem Vers 133 in Surat Ali Imran die Familie Imran heißt es und eilt oder und wetteifert. Das Wort an sich beinhaltet Dynamik, Schnelligkeit, sei schnell. In was sollen wir schnell sein? Es ist ein Wettbewerb, was ausgerufen wurde bereits zur Zeit des Propheten durch diesen Vers. Wetteifert oder beeilt euch dahin zu kommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch vergibt. Es ist ein Ziel. Daraufhin sollen wir arbeiten. Weil wir davon überzeugt sind, dass wenn unsere Beziehung zu unserem Schöpfer eine gute Beziehung ist, eine gesunde Beziehung ist, eine Beziehung, die nicht nur auf blindem folgen und das ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala an vielen Stellen negiert und sagt, nein, ihr sollt nicht nur einfach so an mich glauben oder davon überzeugt sein, dass ich existiere, nein, sondern setze deinen Verstand ein. Und an vielen Stellen fordert Allah subhanahu wa ta'ala uns heraus und führt Beispiele an und sagt am Ende und darin sind Zeichen für Nachdenkende. Könnt ihr denn nicht sehen? Und nehmen wir die Beispiele der Gespräche, die zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten Ibrahim zum Beispiel stattgefunden haben. Ibrahim alaihi salam sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, Arini, zeig mir. Es ist die Befehlsform. Arini, kaife tuhii al mauta. Wie du die Toten zum Leben erweckst. Allah hat nicht offenbart, das ist Blasphemie, Ibrahim. Ich habe dich ausgesucht, auserwählt, als den Auserwählten unter den ganzen Menschen deiner Lebzeit und du kommst mit einer solchen Frage, das ist Blasphemie, du kommst in die Hölle. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala lässt sich auf eine Diskussion, auf ein Gespräch mit Ibrahim ein. Frage, Antwort. Ibrahim sagt, zeig mir, wie du die Toten zum Leben erweckst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Ibrahim, glaubst du denn nicht? Du hast doch die Zeichen bekommen. Bist du immer noch nicht überzeugt? Und Ibrahim bleibt, wie man so schön in der Jugendsprache sagt, gechillt. Und sagt, nein, nein, ganz im Gegenteil. Aber damit ich Ruhe in meinem Herzen finde, wiederfinde. Da gibt es etwas, was mich so zweifeln lässt. Und ich würde gerne diese Ruhe haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, dann geht die Geschichte weiter und dass Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim a.s. den Beweis anführt. oder Musa a.s. Musa a.s. geht noch eine Stufe weiter. Nicht nur, zeig mir, wie du die Toten zum Leben erweckst. Musa a.s. sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, ich will dich sehen. Zeig dich. Und Allah subhanahu wa ta'ala kommt nicht mit einer Keule. und verdammt Musa a.s. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, okay, Deal. Machen wir. Schau auf diesen Berg und wenn dieser Berg stehen bleiben kann, dann siehst du mich. Und die Allmacht Allahs und ist allgewaltig. Und Musa a.s. nachdem der Berg dem Erdboden gleich gemacht wurde, so in der Überlieferung, so in der Offenbarung im Koran, als er wieder zu Bewusstsein kommt, sagt, ja Allah, sorry. Das sind die Geschichten, die wir im Koran finden, die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Gesandten, mit den Menschen, die er auserwählt hat, die dennoch Allah subhanahu wa ta'ala nicht einfach nur so angebetet haben, sondern mit Wissen angebetet haben. Und deswegen, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Vergebung, ja, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch macht in seinem Leben Dinge, die er bereut. Und wie glücklich sind wir, wenn wir mit jemandem im Clinch sind und wir springen über unseren Schatten und gehen zu dieser Person und bitten um Entschuldigung und bitten um Vergebung, wenn wir dieser Person was getan haben. Welche Glücksgefühle in uns auftreten, wenn dieser Mensch sagt, ja, ist okay. Vergessen. Ist in Ordnung. Abgehakt. Adapter gelegt. Und so auch in unserer Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, wir können Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Aber es kann dir passieren, dass du Fehler machst und sei dir dessen sicher, du wirst Fehler machen. Du wirst Dinge tun, die du im Nachhinein bereuen wirst. Aber dann brauchst du Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem, hier in dieser Form und eilt oder und wetteifert. Und wenn du nach der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala suchst, dann wirst du nicht nur die Vergebung finden, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, Wenn du an Allah glaubst und wenn du weißt, dass es einen jüngsten Tag gibt und dass der Tag kommen wird, an dem du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wirst und Allah dich befragen wird nach deinem Leben, was hast du in deinem Leben gemacht, dann ist das, was du willst. Du willst an einem Ort kommen, wo es cool ist. Du willst an einem Ort kommen, wo du all das haben kannst, was du willst. Wo du dich nicht anstrengend brauchst. Und dieser Ort nennen wir in unserem Sprachgebrauch und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala Und diese Paradiesgärten, die sind so breit wie die Himmel und die Erde zusammen. Das ist das Beispiel, was Allah subhanahu wa ta'ala uns darlegt, um uns näher oder um uns begreiflich zu machen, was da auf uns wartet, weil der Prophet in einem anderen Vers gesagt hat, dass das Paradies ein Ort ist, was sich niemand vorstellen kann. Aber im Koran spricht Allah subhanahu wa ta'ala oft in Bildern, damit wir einigermaßen begreifen, worum geht es da? Und für wem ist diese vorbereitet? Lil Muttaqin. Lil Muttaqin oder Taqwa wird oft mit Gottesfurcht übersetzt. Und nicht selten impliziert es, dass wir Angst vor Gott haben sollen. Nein. Worüber hier geschrieben wird, das ist die Liebe. Es wird über die Liebe gesprochen. Denn es ist die Angst, die Liebe des Geliebten zu verlieren. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht liebt, ist es für jemanden, der an Allah glaubt, sehr schlimm. brechen wir das runter auf unsere Beziehungen. Wenn du verliebt bist, dann tust du alles oder du setzt alles daran, dass du dem anderen gefällst, dass er Gefallen an dir findet. Du kleidest dich schön, du parfümierst dich, du duscht vielleicht regelmäßiger, als du es eigentlich sonst tust. Weil dann in der Begegnung du möchtest den besten Eindruck hinterlassen. Du möchtest, dass der andere dich wahrnimmt, dir seine Aufmerksamkeit schenkt. Und das ist das, worum es geht. Diejenigen, die Taqwa besitzen, sind nicht diejenigen, die Angst vor Allah haben. Sondern ihre Angst ist noch weitaus größer, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Despot. Allah ist die Liebe. Allah ist Ar-Rahim. Natürlich, Allah ist auch As-Shadid, der Gerechte, Al-Adl. Und wir sind diese Mutaqin, und hier werden sie zum Teil beschrieben. Es sind also nicht diejenigen, die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala haben, sondern diejenigen, die Angst haben, die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zu verlieren. Was tun sie? Al-Ladzina yunfiquna fissarra'i waddarra'a. Diejenigen, die spenden, im Geheimen, ohne dass die anderen es mitbekommen, kein Sponsoring betreiben, damit, oh, guck mal, Image, Aufbau, nein, da ist was Gutes, sie spenden, und keiner bekommt es mit. Ihr einziges Ziel ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, oder es reicht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid weiß. Und Allah weiß über alles Bescheid. Al-Ladzina yunfiquna fissarra'i waddarra'a. Und die auch dann spenden, wenn es ihnen nicht gut geht. Wenn sie es eigentlich selber brauchen, oder bräuchten, und sehen, ey, der braucht es mehr als ich. Oder die braucht es mehr als ich. Und den anderen bevorzugen. Das sind die Mutsaqin. Das sind diejenigen, die Angst haben, die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zu verlieren. Und das ist sehr, sehr interessant. Für diejenigen, die die arabische Sprache beherrschen, und sich mit diesen Dingen auseinandersetzen können, weil sie den Zugang haben, das ist ein Genuss. Es ist wie, es ist ein Unterschied, ob du schnorchelst, oder ob du tauchst. Und wenn du tauchen kannst, da kommen Perlen zutage. Die sind unglaublich. Hier beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala einen Zustand in einem Bild. Das Wort Kawama heißt etwas unsichtbar machen. Etwas, etwas runterschlucken. Wenn du isst, und du gekaut hast, ordentlich gekaut hast, und dann runterschluckst, das ist unsichtbar. Du schluckst etwas runter. Aber hier geht es nicht um eine biologische Erklärung des Schluckreflexes. Nein. Hier geht es darum, seinen Zorn runterzuschlucken. Wal ka'adh mihin al raidha. Raidh ist Zorn. Wenn du in eine Situation gerätst, wo du außer dir bist, wo du am liebsten alles klein zerschlagen würdest, weil du emotional so aufgebracht bist, dass du eigentlich kurz davor bist, zu explodieren. Okay, das passt vielleicht jetzt nicht in diesem Rahmen. Explosion, Muslime, Islam und so weiter und so fort. Okay. Aber so ist der deutsche Sprachgebrauch. die aber das nicht tun, sondern die ihren Ärger runterschlucken. Was bedeutet das ganz konkret? Du bist in einer Situation, du bist in einem Streitgespräch. Dein Gegenüber bringt dich so auf die Palme. Du könntest ihm eine rechts und eine links geben. Aber dein Gegenüber bekommt es gar nicht mit. Weil du deinen Zorn runterschluckst. Er ist nicht sichtbar. Und was sagt Allah im nächsten Vers? Du bist in diesem Zustand. Und dann sagt Allah Die Afu betreiben. Die verzeihen. Die vergeben. Was sagt Allah am Ende? Beeilt euch wohin? Wohin sollt ihr hin wetteifern? Zu der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah spricht über die Muttaqin. Und Allah beschreibt die Muttaqin als diejenigen, die auch, wenn sie im Zornzustand sind, auch wenn sie außer sich sind, es ist nicht sichtbar. Die es runterschlucken. Es wird verdaut und es wird ausgeschieden. Und weg ist es. Und die den anderen verzeihen. Das ist nichts Leichtes, was hier beschrieben wird. Aber es ist machbar. Und der Preis dafür ist lohnenswert. Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und an dem Ort zu kommen, wo ein jeder gläubiger Mensch gerne hin möchte, ins Paradies. Aber die Bedingung dafür oder dies ist vorbereitet für diejenigen, die spenden im Verborgenen, im Geheimen, ohne dass die anderen etwas mitbekommen und auch dann spenden, wenn es ihnen selber nicht gut geht. Und die ihre, und die ihr Zorn runterschlucken, unsichtbar machen. Und was sagt Allah dann? Und Allah liebt, was habe ich am Anfang gesagt, wir reden hier über die Liebe, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wer sind die Muhsinin? Schon wieder ein Typ Mensch. Als der Engel Jibril zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam und ihm sagte, definiere mir Ihsan. Also erst war es Islam und dann war es Iman und dann kam Ihsan. Definiere mir Ihsan. Ihsan ist das Nomen. Muhsin ist derjenige, der eben Ihsan umsetzt. Und Allah sagt und Allah liebt Al-Muhsinin. Dann sagt er und der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Al-Ihsan ist, dass du Allah so anbetest, als ob du ihn sehen kannst. Wenn du ihn nicht siehst, sei dir dessen sicher, dass er dich sehen kann. Vielleicht schließt sich jetzt der Kreis. Dass du die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala nicht verlieren willst. Weil du in einem Zustand bist, in dem du jede Tat, die du tust, immer im Hinterkopf hast. Allah sieht mich. Und so hast du einen Prüfmechanismus in deinem Leben eingebaut, der dir hilft, Gutes zu tun. Weil du wirst nichts tun wollen, was Allah subhanahu wa ta'ala als schlechtes hat. wirst du nicht tun wollen. Und deswegen wirst du ständig einen Prüfmechanismus im Kopf haben, wenn ich etwas tue, wird es Allah gefallen, wird es meinem Geliebten, wird es Allah subhanahu wa ta'ala, den ich über alles liebe, wird es ihm gefallen oder nicht. Und es wird dich daran hindern, Schlechtes zu tun und Gutes zu tun. Wenn wir über diese Art von Menschen reden, dann haben wir bestimmt das Bild im Kopf, dass es engelhafte Menschen sind. Dass es Menschen sind, die wow, weich wie Butter sind. Die eigentlich nichts Falsches tun, weil sie ja immer im Hinterkopf haben, wenn ich etwas tue, wird es Allah gefallen oder nicht. Aber pass auf, Allah sagt im nächsten Vers, und das muss uns im Klaren sein, du kannst ein Muttaqi sein. Du kannst jemand sein, der diese Stufe erreicht hat. Und dennoch wirst du nicht frei von Fehlern sein. Du wirst nicht frei von Sünden sein. Du wirst Dinge tun, die du bereust. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Und diejenigen, die, wenn sie Sünden begehen, die gegen sich selbst sündigen, wie kann jemand sein, der in einer solchen Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala etwas tun, sündigen, etwas tun, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht gefällt. Wir sind Menschen. Menschen sind nicht fehlerfrei. Deswegen. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Ghafur, der Al-Verzeihende. Allah verzeiht dir alles. Aber geh auf ihn zu, bereue, kehre zurück. Statt etwas, statt weiterhin im Schlechten zu verharren, kehre um zum Guten. Das ist das, was deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala ausmacht. Die, wenn sie diese Dinge begehen, wenn sie gegen sich selbst Unrecht tun, die nach der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala suchen. Die nicht sagen, naja, okay, was soll's. Punkt, 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 Nein. Sondern sie sind proaktiv. Sie wissen, sie haben was falsch gemacht. Sie besitzen den Mut, im Gebet zu stehen, vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen und zu sagen, ja Allah, deine Gaben sind unermesslich und unzählig. Und dennoch, ich habe was falsch gemacht. Ich möchte deine Vergebung. Was machen wir, wenn wir einen Menschen verletzen? Dann gehen wir hin, dann kaufen wir Blumen, dann kaufen wir ein kleines Präsent und gehen zu diesem Menschen, wenn wir den Mut haben und bitten um Verzeihung. Wenn du also Menschen um Verzeihung bittest, dann doch erst recht deinen Schöpfer. Und sei dir dessen sicher, Allah weiß, dass du Fehler begehen wirst. Aber Allah sagt dir, hey, was soll's, es passiert. Wichtig ist, nicht, dass du dabei stehen bleibst, sondern in Bewegung bleibst und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst. Und die in dem, was sie getan haben, das Schlechte, was sie getan haben, nicht sagen, okay, gut, dann mache ich jetzt halt eben mal weiter. Nein. Erkenntnis bekommen. Ja, ich habe was Schlechtes getan, jetzt will ich wieder zurückkehren, ich will was Gutes tun. Und das Wort gut kann viele Dinge beinhalten. Anderen helfen, einen Beitrag leisten, etwas aufbauen, wovon andere profitieren, anderen etwas beibringen, Spenden. Der Gute-Taten-Katalog, der ist viel größer als Otto-Katalog oder Schwab-Katalog oder wie sie alle heißen. Die haben tausend Seiten, das Gute-Taten-Katalog hat unendlich viele Seiten. Und alles, was dem anderen nützt und alles, was dem anderen hilft, zählt unter dieser Kategorie. So weit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung gesagt hat, Wenn du lächelst, dann ist das eine Spende. Unendlich groß. Das ist die Beschreibung von denjenigen, die Mutaqin sind, die ihre Liebesbeziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegen wollen. Sie spenden, sie schlucken ihren Zorn runter, sie begehen Fehler, aber sie bleiben nicht dabei, sondern sie kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und das, womit Allah subhanahu wa ta'ala begonnen hat, endet Allah subhanahu wa ta'ala auch damit, dass er sagt, diejenigen, deren Belohnung ist was? Maghfiratum mir Rabbihim. Vergebung von ihrem Herrn. Und Paradiesgärten, unter denen Bäsche fließen, auf ewig. Es ist die Ewigkeit. Hier in dieser Dunja hat es mit Prüfungen zu tun und mal geht es ab, mal geht es runter, aber dieser Zustand, der ist konstant, wenn du dorthin kommst. Und das ist das Beste, was diejenigen tun können, die etwas tun wollen. Alhamdulillah, 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 der Segen und der Friede Allahs auf unseren Propheten Muhammad, seine Familie, seinen Gefährten und all diejenigen, die vorhin bis zum jüngsten Tag. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meine Barmherzigkeit umfasst alles. Und meine Strafe trifft, wen ich will. Allah ist gerecht. Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann geht es um 1 plus 1 ist gleich 2. Aber das, die Eigenschaft, die noch weit größer ist als die des Adl, ist die der Barmherzigkeit. Sei dir dessen sicher, dass wenn du auf Allah einen Schritt zugehst, Allah kommt mehrere Schritte auf dich zu. Wenn du auf Allah zugehst, Allah kommt auf dich zugelaufen. Wenn du auf Allah zugelaufen gehst, Allah kommt auf dich zugerannt. Und wenn wir das Wort Allah benutzen, dann ist es das arabische Wort, weil es nicht dekliniert werden kann. Allah ist Allah. Es ist geschlechtsneutral. Und wenn wir Allah sagen, dann meinen wir genauso Gott. Wir sind davon überzeugt, dass es einen einzigen Gott gibt, der die Menschen erschaffen hat, der die Menschen auf diese Welt geschickt hat und dass die Menschen dieses Leben, was sie geschenkt bekommen haben, dass sie das Beste daraus machen sollen. Jeder auf seine Weise. Wenn noch nicht mal ein Mensch oder wenn deine Fingerabdrücke, deine Hand, deine Finger besitzen, nicht die gleichen Fingerabdrücke. Jeder Finger ist anders. Gestrickt, gezeichnet. Und so ist es. Und so ist auch die Aufgabe eines jeden Menschen. Allah hat jedem Stärken gegeben und Schwächen gegeben. Und es geht darum, das, was du als eine Gabe bekommen hast, das, was du als eine Fähigkeit bekommen hast, dass du dafür sorgst, dass du mit diesen Fähigkeiten im Dienste der Menschen stehst. Und es ist egal, welcher Religion dieser Mensch angehört. Ob er ein Atheist ist, der noch nicht mal an die Existenz Allah glaubt. Ob es ein Christ ist, ein Jude, ein Muslim. Allah spricht an vielen Stellen. Ja, eyyuhannas. Oh, ihr Menschen. Und in diesem Vers, den wir hier rezitiert haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und diejenigen, die den Muslimen verzeihen, die ihren Glaubensgeschwistern. Nein. Allah sagt, annaas, die Menschen. Allah macht keinen Unterschied, wenn es darum geht, Gutes zu tun. Tu Gutes. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat in einer Überlieferung gesagt, und damit schließe ich die heutige Khutba. wenn der jüngste Tag anbricht, der jüngste Tag in die Posaune ist geblasen worden. Du bist kurz davor, deine Abrechnung, die Abrechnung deines Lebens zu bekommen. Alles vorbei. Nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, nee, es ist nicht alles vorbei. Und er sagt, wenn der jüngste Tag anbricht und in deiner Hand ist ein Samenkorn, ein Pflanzes Ei. Deine Aufgabe ist nicht das Ergebnis, ob nachher ein Baum wächst oder nicht, eine Pflanze wächst oder nicht, eine Blume wächst oder nicht, ist nicht dein Ding. Sondern, wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu tun, dann tu es. Khairul Birri Aajiluhu Das Gute von den guten Dingen sind die Dinge, die man schnell ausführt. Warte nicht damit, etwas Gutes zu tun. Sondern, wenn du die Möglichkeit hast, dann tu es. Und unterscheide dabei nicht, für wem du das Gute tust. Weil Allah wird dich nicht danach fragen, für wem du es getan hast. Allah wird dich aber fragen, was hast du getan? Welche Antwort willst du deinem Schöpfer geben? Jetzt hast du die Möglichkeit, das vorzubereiten. Merkst du gerade was? Du atmest ein, du atmest aus, du lebst. Jetzt ist die Gelegenheit. Wenn du nicht mehr ein- und ausatmest, wenn du die Radieschen von unten beguckst, ist es zu spät. In einem Hadith des Propheten heißt es, dass wenn der Mensch stirbt, kann er nichts mehr tun. Es gibt nur drei Dinge, die ihm auch nach seinem Ableben helfen. Wenn er eine gute Nachkommenschaft hinterlässt, die für ihn betet, wenn er Wissen hinterlassen hat, und das dritte habe ich vergessen. Und eine fortwährende Spende, eine Sadaqadjaria. Das heißt, dass du etwas aufbaust, wovon andere im Nachhinein immer noch, zum Beispiel, wenn du irgendwo einen Brunnen bauen lässt oder einen Brunnen bezahlst und die Menschen davon trinken und du stirbst und dieser Brunnen existiert, jeder Mensch, der davon trinkt, seinen Durst stillt, dem hast du etwas Gutes getan, du bekommst etwas davon ab. Aber ansonsten, du kannst nichts mehr tun. Und deswegen, solange du im Bewusstsein dessen bist, dass du ein- und ausatmest, hast du die Möglichkeit, Gutes zu tun. Wenn du nicht mehr in diesem Zustand bist, ist es zu spät. Lass uns die Hände heben und zu Allah subhanahu wa ta'ala beten und ihnen darum bitten, ja Allah, du Allgnädiger, du Allmächtiger, du in dessen Händen die Schlüssel der Himmel und der Erde liegen, du dessen Barmherzigkeit alles umfasst. Ja Allah, lass uns dir gute Diener sein. Ja Allah, lass uns zu den Menschen gehören, die die Botschaft, die du mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geschickt hast, mit dem besten Menschen, der gelebt hat. Lass uns diese Botschaft begreifen, ja Allah. Lass uns in diesem Wettbewerb eintreten und dorthin eilen zu deiner Vergebung, ja Allah. Ja Allah, lass uns zu den Menschen, die den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam begriffen haben, dass wir nur dann die Besten sind, wenn wir aktiv etwas tun, um Gutes zu leisten, ja Allah. Ja Allah, lass uns zu den Menschen gehören, die wo immer sie sind, zunächst die anderen im Blick haben und dann sich selbst. Ja Allah, lass uns zu den Menschen gehören, die eine Liebesbeziehung zu dir aufbauen wollen. Lass uns zu denjenigen gehören, die Angst davor haben, deine Liebe zu verlieren. Lass uns zu denjenigen gehören, die, wenn sie diese Welt verlassen, sie nicht eher verlassen, außer mit den Worten la ilaha illallah Muhammad und Rasulullah. Ja Allah, lass uns an dem Tag, wo wir vor dir stehen werden, lass dies ein glücklicher Tag in unserem Leben sein, weil du mit uns zufrieden sein wirst. Ja Allah, lass uns aussuchen dürfen, durch welches Paradies wir eintreten möchten und lass uns zusammenkommen mit unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Gefährten und all die rechtschaffenden Menschen vor seiner Zeit, zu seiner Zeit, nach seiner Zeit und bis zum jüngsten Tag. Ja Allah, lass uns diesen schönen Ort mit unseren Familien aufsuchen, Ja Allah, und mit all den Menschen, die wir in dieser Zeit lieben. Ja Allah, lass den schönsten Tag in unserem Leben der sein, an dem wir dein Angesicht sehen dürfen, Ja Allah. Ja Allah, oder Ja Allah, die Gotze denn in unserem Leben von Benjamin in unserem Leben Vielen Dank.